Herzlich Willkommen zu meinem Video. Hier habe ich mal keine Stimmenaufnahme verwendet, außer jetzt halt am Anfang, um euch kurz zu erklären worum es hier geht. Ich wollte euch das Video nicht vorenthalten, obwohl ich halt wirklich ohne Stimmen aufgenommen habe. Ich habe hier wie ihr sehen könnt Timo gespielt mit einem etwas ungewöhnlichen Bild. Hier sieht man zum Beispiel dieses Item, was die kleinen Viecher produziert, die dann quasi den Tower verteidigen und ansonsten halt natürlich AP. Und wie ihr sehen könnt, seit dem letzten Upload mit Olaf habe ich halt jetzt zwei Spiele wieder hintereinander gewonnen. Das waren alles Normals. Natürlich konnte man jetzt sagen, das war alles Glück, aber wie ihr sehen könnt, spiele ich aktuell nicht so oft. Und man sieht ja auch, welcher Zeitraum dazwischen liegt. Das sind ungefähr zehn Tage. Und ich verfolge einfach meine Strategie, die ich beschrieben habe in meinem Guide Gold Elo in drei Tagen, wo ich tatsächlich in drei Tagen auf Gold Elo gespielt habe von glaube ich Silver 3. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen und dann seht ihr halt auch, wie ich das Ganze im Gameplay anwende. Und gleich zeige ich euch noch ein Screen. Und zwar nehme ich diesen hier und wie man sehen kann anhand des Schadens an Champions, ich habe den höchsten Schaden aus meinem Team oder beziehungsweise aus beiden Teams überhaupt gemacht. Das finde ich extrem krass, weil ich dem Bild wirklich so ein bisschen Troll-Bild ist mit diesen komischen Viechern, die dann farmen und sowas, was man eigentlich nicht holen sollte als AP-Spieler. Aber ich finde es trotzdem krass. Und ich war auch nicht gefeedet und deswegen, ja, probiert mal was Kreatives. Lest nicht immer diese Guides und so, außer natürlich mein Guide. Der ist auch eher so allgemein, der ist nicht auf eine Technik, die heute funktioniert, morgen nicht, sondern die funktioniert immer. Und deswegen zieht es euch rein, auch wenn ich nicht kommentiere. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran. Und ja, viel Spaß. Käpt'n Timo meldet sich zum Dienst. Und dann geht's. Und dann gehen wir hin. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Untertitelung. BR 2018 Hier muss ich sagen, hatte ich einen Disconnect wegen des Aufnahmeprogramms und komme Low Level ins Spiel, also ich war noch benachteiligt und verliere auch deshalb meine Lane. Aber am Ende hole ich es wieder raus. Ich werde die Gegend ausspielen. Jawohl! Schnell! Schnell! Das muss wehtun! Schnell! Ich bin nicht bereit! 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 11 12 12 13 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 20 17 18 18 18 19 20 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 21 20 Das war's für heute. Das muss weh tun. Ich werde die Gegend ausspielen. 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 Das muss wehtun. 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 Das war's für heute. 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 Fassnet uns bereit! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.